hey leute willkommen hier auf diesem channel mit dabei ist mein nachbar und sein freund die challenge ein haus nur looten oder also das heißt wir dürfen nur ein haus looten wir landen auf einem haus wir dürfen nur ein haus looten und fertig das wird schon schwierig und dafür dass ich lang kein fortnight gezockt habe ist es für mich doppelt so schwierig check natürlich mein nachbar ab unten in der beschreibung und lasst ein like da und ein abo und dann würde ich sagen let's go und hier kommen vor mehr gegner mit als ich ich kann ich kann ich mal bitte roll ich gehe ich habe eine blau pamp also ich gehe rein ich habe nur granaten ich bin so am arsch ich habe nicht mal ne bump hier in meinem scheißhaus ich habe nur viel angeln nein oh mein gott ist eine golderei wir dürfen aber nicht angeln oh mein gott ich habe laufend dürfen wir nicht mitnehmen wir dürfen auch nicht angeln nein hier liegt eine pump und ich darf nichts mitnehmen warte kann ich nicht einfach in mein eigen ich weiß aber eine waffe nur eine ich habe zwei aber ich habe keine pump was zu looten darfst digger intercom mehr hier dürfen wir nicht mitnehmen wir dürfen nur die mats was geht was geht ich schlappt jetzt schnell nein 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 droppen dann hier droppen wir dürfen können wir dürfen nur die metz von dem er geht auf mich was kriegt man oh mein gott man kriegt es gar nee du darfst du nicht aufheben du darfst diesen wort das weiß ich diesen botskin kennen das ist eine graue ritter jungen sein des ganzes gott sicher oftiger jetzt hau ab ja Junge, das sind OG-Player! Ja Junge, ich dachte die sind BOTS! Ja, Digga, ge-kuss, ich fass! Ahthacke! Ammonakoi! Die sind zwei! Ne, 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 wir hauen auf, Digga! Tschüss, Digga! Wir sind so tot, unser Auto! Ja Junge! Jump it, jump it! Jump! Da, Digga! SCHNELLZONNE! Ich fahr nicht mehr zusammen in der Kolbe! Ich bin bester Fahrer, Digga! Amanakoi, ich bin tot! Was? Ja, okay! Junge, ich kann nicht... Okay, ich geh das noch ein Dumpen! Dieses... Dieses Haus, was ich hab... Hatten wir im Bunker! Und da sich gefühlt zu fliegen! Junge da! Ja, ich weiß, ich lande da! Oh, ich hab nur Naruto-Waffen! N! Und? Ja, wenn der goldene Spaß hat, geh ich ihn nicht pfuschen! Ich auch nicht! Oh! Ich hab den OG-Waffen! Nein! Ne! Leute, ich kann nicht machen! Ich kann nix machen! Ich kann nix machen! Ne Pump wichtig! Geh weg! Ich will dich! Komm zu mir! Bei mir ist auch Gegner! Oh shit! Ich komme mit dem Auto! Ich komme! Junge, das ist so ein Fässer-Gegner! Tschüss, Digga! Lock, Digga! Geh weg! Bro, der ist ein Bot! Oder? Das ist ein Gegner! Gut, gut, gut! Jetzt heal mich, bitte! Heal ihn! Heal ihn! Heal ihn! Oh shit! Ich hab einen! Gut! Titanisch! Ist meiner! Hopp! Ja! Ja! Ich hör schon! Da hinten sind auch Gegner! Hey! Darf ich zum ersten Mal? Bitte! Oh shit! Ich kann diesen... Also wer will oben rein? Ich geh unten rein! Also ich war schon längs hier bei geil! Wer will schießen? Also ich, bitte! Obwohl Endzer... Ich und Endzer haben... Wir haben noch nie teilgemacht! Ja... Was ist das? Nein! Geh raus! Geh raus! Ja, okay! Endzer drückt aber nicht teil Selbstzerstörung, sonst zerstörst uns beide! Ey, weißt du, da kann man noch tanzen? Oh ja, ich tanze erstmal! Anzehnaltige... Tanz... Hast du diese... Anzehnaltige... Anzehnaltige... Roboter Tanz hier! Gut! Ich hab ihn zerquetscht, glaube ich! Okay! Da kommt ein Boot! Da kommt ein Boot! Oh! Da kommt ein Boot! Ja! Anzehnaltige... Davon... Hey, diese Weihnachtsmann! Ich hab' mich zu töten! Jetzt ist es dieser Typ! Ich hab' mich zu töten! Ja! Junge, ich hab' mich zu töten! Ich hab' mich zu töten! Junge, ich hab' mich zu töten! Ja, es ist einer! Da hinten! Da hinten! Shit! Selbstzerstörung! Ja, er hat's teilgemacht! Dieser Gegner! Bruna, boah! Äh, Enza, komm mal! Ich schiebe dich schnell! Nein, hab' ich nicht, Junge! Kann ich! Du darfst auch keine Helo! Ich hab' noch 8 HP und du aus 30! Hilfe, bitte! Danke! Danke! Ich hab' den... Ich bin bei den... Ich bin bei den... Ganzes Gott! Ganzes Gott! Hit, hit! Ich hab' den Mann gemacht! Die hierhin sich jetzt! Die hierhin sich jetzt! Ich weiß! Hab' einen! Gut, gut! Gut, ja! Jetzt muss der andere! Hier drin! Der ist weggebaut! Da... Da lang! Zack! Und sieh' den Scheiß! Hab' ihn in der Luft! Hab' ihn in der Luft! Aber da ist noch einer! Äh, Baufeil! Oh, hier war so ein Feuer! Digga! Er hat einen Spaß! Oh, Leute! Das ist mit dem Video! Lass' doch mal ein Like! Und check' meinen Nachbar ab! In der Beschreibung! Und da würde ich sagen, bye! Bye!